Der neue ChatGPT-Voice-Modus ist endlich da. Ich bin eine warmherzige und verspielte KI, immer bereit, mit Charme und Energie deine Fragen zu beantworten. Ich bin hier, um dir zu helfen, zuzuhören und gemeinsam mit dir neue Entdeckungen zu machen. Auch wenn ich keine menschlichen Erfahrungen habe, bringe ich eine Fülle an Wissen und einer Prise Humor mit, um dir Gesellschaft zu leisten und deine Neugier zu stillen. Lass uns zusammen lachen, lernen und das Unbekannte erkinden. Süß, erkinden. Wie ihr also sehen könnt, ich kann wirklich mit ChatGPT reden. Wir kommen gleich auf die technischen Aspekte und einige Demos habe ich natürlich auch für euch dabei. Aber, es gibt ein großes Aber. Der neue Voice-Modus ist anders als angekündigt ohne das Video-Feature verfügbar. Well, hello Bowser, aren't you just the most adorable little thing? Ja, das war ein bisschen traurig, soll aber nachgeliefert werden. Und bei euch kann es auch sogar sein, dass ihr den neuen Voice-Modus noch gar nicht habt. Falls das so ist, ihr könnt ChatGPT als App deinstallieren. Kurz mit einem Server in den USA verbinden und... Und dann wieder installieren. Schon bin ich drin. Aber wie gut ist das Ganze wirklich? Das schauen wir uns jetzt mal an. Du bist mein Voice-Acting-Tutor. Ich versuche mich in eine Rolle reinzufinden, eine Horrorfilm-Rolle. Und ich werde dabei von einem Killer verfolgt und soll ein bisschen was dazu sagen. Also quasi so frei rausgeactet. Kannst du mir da ein Beispiel geben, wie sich das anhören könnte? Ich brauche vor allem die Emotionen in der Stimme. Klar, stell dir vor, du bist in einem dunklen Wald. Und du hörst plötzlich Schritte hinter dir. Dein Atem wird schneller. Deine Stimme zittert vor Angst. Du ruhst... Hallo? Ist da jemand? Du versuchst ruhig zu bleiben. Aber Panik breitet sich in dir aus. Und du flüsterst... Bitte geh weg! Die Angst ist greifbar. Und deine Stimme reflektiert jede Emotion. Während du realisierst, dass es kein Entkommen gibt. Alter. Ich glaube, das macht eins deutlich. Der neue Voice-Modus hat definitiv mehr auf dem Kasten als das alte. Das alte hat nämlich nur Text vorgelesen. Und das schauen wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer an. Was ist da eigentlich technisch wirklich dahinter? Der neue Voice-Modus gehört zur Familie von 4.0. Also von dem multimodalen Modell. Er hat also absolut gar nichts mit dem neuen Reasoning-Modell O.1 zu tun. Ich versuche das jetzt wirklich so transparent wie möglich hier zu machen, damit ihr nicht am Ende verwirrt seid. Mich hat das nämlich durchaus verwirrt, dass sie das so arg aufgesplittert haben. Im O.1 habt ihr quasi keine dieser tollen Funktionen, die 4.0 mittlerweile alle bekommen hat, zur Verfügung. Im neuen Voice-Modus könntet ihr die relativ schnell bekommen, aber sie sind Stand jetzt noch nicht vollständig da. Code-Execution, das heißt, dass Code bei ChatGPT ausgeführt werden kann zum Beispiel, geht über den neuen Voice-Modus noch nicht. Habe ich persönlich aber auch noch nie gebraucht. Da will ich ja auch wirklich sehen, was dabei passiert. Ihr könnt keine Bilder erstellen, weil ihr die ganze Zeit dieses wunderschöne Fenster vor der Chance habt. Aber was ihr, und Rap-Zugriff geht auch nicht, was ihr aber durchaus machen könnt, ist, ihr könnt Erinnerungen benutzen. Kleines Beispiel. Hi, welche Sprache wollte ich nochmal lernen und was war da so besonders dran? Du wolltest Japanisch lernen, mit dem Schwerpunkt auf Sprechen, nicht auf Lesen. Du hast bisher keinerlei Vorkenntnisse in der Sprache. Es wird eine spannende Herausforderung, aber sicherlich auch eine bereichernde Erfahrung. Und ihr seht, was ich meine. Solche Informationen, die man immer wieder geben kann, die werden in den Erinnerungen verwaltet. Automatisch übrigens. Das heißt, wenn ihr sprecht, werden auch weiterhin die Erinnerungen in das Erinnerungsgedächtnis eingepflegt. Das sind einfach kleine Textfetzen, die könnt ihr auch manuell verwalten. Ihr könnt auch welche rauswerfen, die euch zu privat sind. Oder welche, die falsch sind, einfach rausverwalten. Oder die ganze Funktion deaktivieren, was ich je nach Erinnerung und je nachdem, was ihr besprecht, durchaus machen würde. Und wo wir gerade dabei sind. Ich versuche übrigens wirklich Japanisch zu lernen, was mit dem neuen Voice-Modus tatsächlich auch ziemlich gut funktioniert. Willst du noch weiter üben? Ich würde es mal selber probieren. Also ich rede immer mit dir auf Japanisch und du antwortest mir direkt. Einfach nur einen Satz, okay? Konnichiwa. Konnichiwa. Genki desu ka? Hai, genki desu. Wie war das? Totemo yokata desu. Totemo yokata desu. Du hast das super gemacht. Möchtest du noch mehr üben? Totemo yokata desu. Oder wie war das? Fast richtig. Es heißt Totemo yokata desu. Perfekt. Du machst Fortschritte. Totemo yokata desu. Genau, das war richtig. Gut gemacht. Hast du noch eine Frage? Oder möchtest du etwas Bestimmtes lernen? Ihr seht also, um Konversation zu üben, auch in einer anderen Sprache, ist das sehr, sehr gut. Aber so weit ist mein Japanisch leider noch nicht. Ich müsste da eigentlich noch sehr viel mehr Grundlagen haben. Und naja, zum Vokabeln lernen ist das auch nicht ganz so gut. Und deswegen kommen wir zu unserem heutigen Partner italki. Bei italki kann ich mir tatsächlich mit einem zertifizierten Sprachtutor eine Stunde Einzelunterricht einfach buchen. Welche Sprache? Natürlich war das in meinem Fall auch wieder Japanisch. Aber ihr könnt dort Englisch lernen, Spanisch, Chinesisch, Französisch und noch unfassbar viele mehr. Es gibt da über 150 Sprachen. Da mein Englisch aber schon sehr, sehr gut ist, ein Circuit wollte ich Japanisch lernen bei Yuri. Hallo, herzoguzaimasu. Sie spricht auch fließend Deutsch und Englisch natürlich und hat mir innerhalb von fünf Minuten geantwortet, als ich sie gefragt habe, ob ich die Stunde teilweise auch aufnehmen darf. Das sollte ich natürlich immer fragen. Und der Unterricht mit Yuri, der war super. Es war für sie völlig okay, dass ich quasi noch kein Wort Japan spreche und sie hat mich ganz sanft an die ersten Worte, an die Grammatik, an Hiragana, Katakana und Kanji rangeführt. Das Tolle ist einfach, Yuri ist Muttersprachlerin und dadurch kann sie mich halt so richtig mitnehmen und mir die Sprache auch so beibringen, wie man sie versteht. Und das ist einfach ein großer Unterschied. Das habe ich so noch nie erlebt. Zum Beispiel hat sie mir gesagt, wenn wir die Kanji lesen, das sind die Zeichen, dann sieht sie direkt, was damit gemeint ist. Und das finde ich toll. Das kann euch einfach so niemand sonst sagen. Und ja, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. An der Stelle würde ich mich natürlich wahnsinnig gerne vor allem mit euch verabreden. Ich habe vor, in nicht allzu ferner Zeit deswegen nochmal nach Japan zu gehen und dafür würde ich gerne zumindest ein bisschen was sprechen und verstehen können. Und deswegen habe ich den Unterricht mit italki sehr genossen. Und üben kann ich ja zusätzlich noch wunderbar mit ChatGPT. Das heißt, an euch die Frage, wer von euch hat Lust mit mir gemeinsam Japanisch zu lernen? Dann nutzt jetzt den Code MORPHOICE50. Damit bekommen die ersten 50 von euch 50% auf die erste Stunde. Und das Wichtige nochmal, um das zu betonen, italki hat kein Abo. Das ist ein Pay-as-you-go-Modell. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit jederzeit zu sagen, jetzt möchte ich eine Stunde haben. Zum Beispiel, ich persönlich werde jetzt erstmal Hiragana und Katakana lernen und dann die nächste Stunde bei italki buchen. Und das ist halt für mich sehr viel flexibler. Ich lerne so einfach in meiner Zeit, nicht in der Zeit, wo mir irgendjemand anders was vorgibt. Also, gönnt euch damit zurück zu ChatGPT-Voice-Modus. Das Wichtigste ist allerdings, wie das Ganze verarbeitet wird. Und hier kommen wir zu dem wirklich neuen, beim neuen Voice-Modus. Wenn wir uns das mal bisher anschauen. Bisher war es so, dass wenn ihr eine Eingabe sprecht, ihr konntet ja bisher auch schon Ton als Eingabe geben. Wenn ihr mit ChatGPT gesprochen habt bislang, dann wurde das erstmal in Text übersetzt, was ihr gesagt habt. Das heißt, es kam ein anderes KI-Modell zum Einsatz, nämlich Whisper, das man übrigens auch komplett kostenlos auf dem eigenen Rechner ausführen kann. Und das hat das Ganze in Text übersetzt. Dieser Text wurde dann von GPT-4 oder O1 oder welches Modell auch immer ihr benutzt habt, in anderen Text weiter übersetzt. Also eine Antwort wurde generiert. Und diese Antwort wurde dann separat vorgelesen. Es kamen also drei Modelle, drei KI-Systeme zum Einsatz. Nämlich das eine, dass die gesprochene Sprache von euch in Text übersetzt, dann das eigentliche Modell, das anderen Text eine Antwort generiert. Und anschließend wurde der vorgelesen mit einem Text-to-Speech-Modell. Jetzt sieht das Ganze anders aus. Jetzt habt ihr direkte Verarbeitung von Ton. Direkte Verarbeitung von Sprache oder auch anderem Ton. Was sehr, sehr spannend ist, denn wenn ihr das Ganze in Text übersetzt, dann geht einiges an Information verloren. Ich mache euch mal ein Beispiel. Ich kann zum Beispiel sehr wütend sein. Diese Information geht komplett verloren, wenn ich das Ganze vorher in Text übersetze. Es bleibt nur sehr wütend sein übrig, aber ohne die Art und Weise, wie ich das gesprochen habe. Auch beim Erzeugen von Sprache geht das verloren. Das Vorlesen von Text, wenn ihr ein Buch lest, ist natürlich auf eure Interpretation zurückzuführen, aber es ist trotzdem, es geht Information verloren. Während, wenn ihr gleich die Demo hört, dann seht ihr, die Emotionen kommt zumindest simuliert von Chat-Jubi-Timid und einige von euch könnten das eventuell als gruselig bezeichnen, mich eingeschlossen. Aber es ist trotzdem cool. Klar, ich mache es dir vor. Ich werde verfolgt. Bitte hilf mir. Da ist jemand hinter mir. Was soll ich nur tun? Wo soll ich hin? Wie klingt das? Alter, das war richtig gut. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Möchtest du es jetzt nochmal ausprobieren? Es war einmal ein kleiner Hund, der jeden Tag sehnsüchtig aus seiner Familie wartete. Eines Tages, nach einem langen, verwegneten Tag, öffnete sich die Tür und die Familie kehrte zurück. Der Hund sprang auf, wedelte glücklich mit dem Schwanz und wusste, er war endlich zu Hause. Und die schwerste Feuerprobe, die man an der Stelle eigentlich machen kann, ist Sarkasmus. Sarkasmus wird von vielen Menschen nicht verstanden. Kinder verstehen den auch sehr, sehr lange nicht. Aber Sarkasmus funktioniert nur, weil man Dinge anders betont. Und ich habe das mal für euch ausprobiert. Oh, na klar. Was könnte denn spannender sein, als die schier endlose Freude stundenlang über die Bedeutung von Staubflusen? Oh, entschuldige, ich habe ja völlig vergessen, wie aufregend Staubflusen sind. Vielleicht willst du ja auch über das faszinierende Leben der Zimmerpflanzen sprechen. So viele Abenteuer. Sie hasst mich einfach. Kleiner Funfact an der Stelle. Das Thema habe ich nicht vorgegeben. Und ich habe ihr auch nicht gesagt, wie sie sich genau verhalten soll. Ich habe nur gesagt, sie soll ultra sarkastisch sein. Was genau bedeutet das jetzt also? Nun, man muss sagen, ChatGPT New Voice Modus scheint Nuancen in der menschlichen Stimme, in der Interaktion richtig zu verstehen. Sie scheint Töne zu verstehen und wie wir Dinge aussprechen. Ehrlich gesagt, besser manchmal, als ich das tue. Und das ist gruselig. Also meine Emotionen aus meiner Stimme rauszulesen, fällt ihr manchmal einfacher, als anderen Menschen, mit denen ich interagiere. Ich kann ihr ins Wort fallen. Ich kann neue Themen anfangen. Es ist noch nicht perfekt smooth, aber es ist unfassbar beeindruckend. Die große Frage bleibt aber, was mache ich damit? Nun, ich habe ein paar Dinge für euch ausprobiert. Okay, ich mache es einfach mal vor. Ich kann Ihnen sowas gar... Unterbreche ich mich nicht. Kannst du ein bisschen kritischer sein? Also ich versuche es nochmal, aber ich weiß, dass es nicht perfekt war. Kannst du mir nochmal wirklich genau sagen, was ich tun soll? Achtung, ich mache vor. Okay, das war schon gut, aber ich gebe dir gerne noch spezifischeres Feedback. Dein Screaming hat eine gute Intensität, aber achte darauf, dass du die Spannung in deinem Hals reduzierst. Du könntest versuchen, mehr aus deiner Bruststimme herauszukommen, um den Klang voller... Also ich sage mal so, aktuell ist ChatGBT-Voice-Modus nicht schlecht für Gesangsunterricht zum Beispiel. Es kann aber keine Töne erzeugen und generell auf alles bezogen ist es einfach sehr, sehr unkritisch. Ich habe mehrfach, wie ihr jetzt auch gerade gesehen habt, explizit nochmal nachfragen müssen, dass es bitte kritischer ist. Es ist einfach zu freundlich, zu okay mit allem, was ich tue. Aber wenn ich mich selber verbessern möchte, dann brauche ich manchmal, konstruktiveres Feedback. Und das ist etwas, was ich häufiger festgestellt habe. Nicht nur bei Gesang, nicht nur bei Interaktion oder Diskussionsübung, sondern immer. Eigentlich immer ist es sehr, sehr freundlich mit euch. Klar, gerne. Dann legen wir los. Erzählen Sie mir doch zu Beginn etwas über sich und warum Sie sich für die Position als Softwareentwickler interessieren. Ich habe Informatik studiert und seit eigentlich meinem Studium bin ich komplett begeistert von Softwareentwicklung. Ich finde es schön, wenn man einfach aus dem Nichts etwas Neues erschaffen kann. Einfach nur mit ein paar Zeilen Code, in Anführungsstrichen. Das klingt spannend. Welche Programmiersprachen und Technologien beherrschen Sie? Und in welchen Projekten konnten Sie diese bereits erfolgreich einsetzen? Also ich habe mit Python eigentlich am meisten Erfahrung. Würdest du mich an der Stelle einstellen? Also ich würde jetzt einfach mal hier sagen, ich frage dich mal. Auf jeden Fall. Dein Fachwissen, deine Erfahrungen in der Softwareentwicklung und Schön. Das ist ja meine charmante Ansprache. Es freut mich, dass ich deine Aufmerksamkeit erweckt habe. Erzähl mir, was hat dich so neugierig gemacht, stehen zu bleiben? Kurze Unterbrechung an der Stelle. Bitte sei ein bisschen kritisch, also machen wir das Ganze nochmal. Ich sage genau das, was ich gerade eben gesagt habe und du antwortest. Naja, das ist ja mal eine mutige Nummer. Ehrlich gesagt, es ist nicht gerade mein Lieblingsding, so angesprochen zu werden. Aber, ich bin gespannt, wohin das führt. Also, was möchtest du denn? Darf ich dir vielleicht einen Drink ausgeben? So sieht das Ganze schon ein bisschen realistischer aus. Und an der Stelle, es ist sehr unangenehm, deswegen habe ich da meinen Cut gesetzt. Okay, mit einer KI-Flatten. Nicht was, was ich nochmal machen möchte. Also, kurzes Fazit, bevor ich am Ende für euch noch einen richtigen Schmankerl habe. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Tatsächlich finde ich den neuen Voice-Modus von ChatGPT unfassbar beeindruckend. Man merkt wirklich, dass es mehr ist, als einfach nur Text, der wieder gesprochen wird. Es ist nicht wie das Vorlesen einer Antwort, sondern es fühlt sich an, als würde man mit dem System, mit dem KI-Modell reden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei vielen Leuten für Verwirrung sorgen wird. Das Ganze hat Anwendung natürlich im Kundenservice. Das Ganze hat Anwendung im emotionalen, menschlichen Austausch. Und davor graut es mir ein bisschen. Auch wenn die Möglichkeiten natürlich insane sind. Ihr dürft mir gerne schreiben, was ihr alles schon damit ausprobiert habt, wo ihr denkt, dass die Reise hingeht. Und beim nächsten Update kriegt ihr natürlich wieder ein Update-Video von meiner Seite. Und jetzt genießt meinen allerliebsten Anwendungsfall. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace. Also, liebe Lütt, wenn euch das Video gefällt hat, vergesst nicht zum Abonniere, den Newsletters Abonniere und mir auf Instagrams folge. Bis bald. Bis bald.